Im Gegensatz zu Videodrehs in Innenräumen hast du bei Outdoor-Videos kaum Kontrolle über die Lichtverhältnisse. In diesem Video gebe ich dir Tipps für Licht-Setups bei bewölktem Wetter und bei direkter Sonneneinstrahlung. Dabei zeige ich dir, wie du am besten vor der Kamera Personen beleuchtest und so die Qualität deiner Videos verbesserst. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Gründer der Videoagentur MindNept und gebe auf diesem Kanal regelmäßig Tipps zum Thema Videoproduktion und Videomarketing. In unseren Videos erhältst du zum Beispiel wertvolle Informationen zur Planung, zum Dreh und zum Schnitt von Filmen. Wenn dich das Thema interessiert, schau dich also unbedingt mal um. Bei der Erstellung professioneller Videos ist für hochwertige Bilder die richtige Beleuchtung extrem wichtig. Wenn du bei Studioaufnahmen mit künstlichem Licht volle Kontrolle über die Lichtsituation hast, erfordern Videoproduktionen im Freien eine Anpassung an sich verändernde Lichtverhältnisse. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie du durch Planung, die richtige Ausrichtung und mit Technik aus jeder Situation das Beste herausholen kannst. Der Fokus liegt dabei auf der richtigen Beleuchtung einer Person vor der Kamera, zum Beispiel bei einem Interview. Bei Filmdrehs muss vieles vorbereitet werden. So brauchst du zum Beispiel die richtige Location und natürlich die Personen, die du drehen willst. Daher stehen die Termine meistens schon einige Wochen im Voraus fest. Worauf du aber oft auch noch kurzfristig Einfluss nehmen kannst, ist die Planung des Ablaufs am Drehtag selbst. Schau dir dafür unbedingt den aktuellen Wetterbericht an und versuch besonders deine Interviews so zu planen, dass es nicht gerade regnet, wenn du drehen willst. Außerdem bieten sich Drehs am Vormittag oder Nachmittag an. Die senkrechte Mittagssonne willst du eher vermeiden. Wie beim Fotografieren solltest du bei Interviewdrehs Gegenlichtsituationen vermeiden. Das heißt, achte darauf, dass du die Sonne möglichst im Rücken hast. Was du tun kannst, wenn das nicht geht, zeige ich dir gleich. Ein häufiger Grund, draußen zu drehen, ist, dass du dein Interview an einem Ort führen möchtest, der zum Inhalt passt. Dieser muss also im Hintergrund sichtbar sein. Mein Tipp dazu, richte deine Kamera zuerst so aus, dass du von der Location im Hintergrund ausreichend viel siehst und stell dann deinen Interviewpartner ins Bild. Was selten gut aussieht, ist, wenn der Hintergrund heller ist als die Person vor der Kamera. Eine weiße Wand scheidet als möglicher Hintergrund also vollkommen aus. Ganz abgesehen davon, musst du dafür auch nicht wirklich nach draußen gehen. Am einfachsten erhältst du eine gleichmäßige Beleuchtung an einem wolkigen Tag. Dass die nicht auf Bestellung gibt, schauen wir uns mal den oft schwierigsten Fall an, direktes Sonnenlicht. Das Problem bei Sonnenlicht ist, dass es sehr hart ist. Das führt zu starken Schatten und dazu, dass dein Interviewpartner geblendet werden kann. Wenn du dein Set so eingerichtet hast, dass die Sonne der Person vor der Kamera ins Gesicht scheint, kannst du einen Frostrahmen Butterfly oder einen anderen Diffusor mit weißem Stoff so positionieren, dass die Sonne dort durchscheint. Das führt zu super weichem Licht. Eine günstige Lösung dafür, die du immer dabei haben solltest, wenn Außendrehs anstehen, ist ein Five-in-One-Reflektor, der eben auch einen Diffusor beinhaltet. In der Videobeschreibung verlinke ich dir ein paar geeignete Modelle in unterschiedlichen Größen und Formen. Vielleicht fragst du dich jetzt, hä, fünf in eins? Was sind das für fünf Funktionen und wofür brauche ich die? Ganz innen findest du einen biegsamen Metallrahmen, in dem ein halbtransparenter weißer Stoff gespannt ist. Wie du den verwendest, haben wir gerade besprochen. Der Überzug hat aber noch vier weitere Seiten. Eine silberne, eine goldene, eine weiße und eine schwarze. Die silberne und goldene benutzt du, um Licht direkt zu reflektieren. Das ist sozusagen die Kernfunktion eines Reflektors. Durch die goldene Seite wird die Lichtfarbe leicht wärmer, ansonsten sind sie gleich in der Handhabung. Wenn du deinen Reflektor so einsetzen willst, halte ihn so hoch wie möglich und bewege ihn ein bisschen im Licht, um zu sehen, wo die Reflektion hinfällt. Wenn du eine Position gefunden hast, die dir gefällt, achte darauf, den Reflektor nun während der Aufnahme sehr ruhig zu halten, da man Bewegungen der Lichtquelle sehr stark wahrnimmt. Der glänzende Reflektor eignet sich besonders gut an wolkigen Tagen, da er das Licht hart reflektiert. Die weiße Seite kannst du gut bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden, wenn die Sonne sich hinter deinem Protagonisten befindet. Auch hier solltest du nach Möglichkeit das Licht von oben reflektieren und dich visuell an die richtige Ausrichtung herantasten. An windstillen Tagen kannst du den Reflektor dann mit einer Klammer an einem Stativ befestigen. Spannend ist auch die schwarze Seite. Mit ihr erzeugst du einen sogenannten Negative Fill Effekt. Von der Seite, auf der du die dunkle Seite des Reflektors hältst, scheint kein Licht auf das Objekt und es wird auch nichts reflektiert. Das kannst du einsetzen, um dem Gesicht mehr Dynamik zu geben, indem du eine Seite etwas dunkler machst als die andere. In jedem Fall musst du den Reflektor mindestens so weit weghalten, dass er nicht im Bild ist. Je nach Einstellungsgröße brauchst du dafür unterschiedlich große Reflektoren. Auch die Form unterscheidet sich. Ich persönlich mag gerne ovale Reflektoren. Schließlich sind ja auch die meisten Menschen nicht kugelrund, sondern eher länglich. Mittlerweile gibt es auch gute akkubetriebene Lampen mit einer Lichtleistung, die durchaus eine Wirkung im Außenbetrieb entwickeln kann. Wie bei der Arbeit mit Reflektoren solltest du hier darauf achten, ein möglichst weiches Licht zu verwenden und deine Protagonistin nicht zu blenden. Bei der Auswahl der richtigen Lampen musst du unbedingt darauf achten, dass die Lichtfarbe stimmt. Bei Außenaufnahmen am Tag heißt das, sie muss entweder mit 5600 Grad Kelvin, also Tageslichtfarbe, leuchten können oder du brauchst passende Konversionsfolien. Außerdem gilt es, Licht von unten zu vermeiden. Und ein wichtiger Sicherheitshinweis, setz ausreichend schwere Sandsäcke ein, damit deine Lampe mit Softbox nicht von einem Windstoß umgepustet wird. Eine gute visuelle Separation deines Interviewpartners vom Hintergrund ist immer wichtig. Bei Außendrehs kann es aber besonders herausfordernd sein, weil die Sonne ebenso stark ist. Auch hier kannst du den Reflektor einsetzen oder die Sonne selbst, indem du zum Beispiel die Sonne von schräg hinten auf deinen Protagonisten scheinen lässt und von vorne mit einem Reflektor oder einer Softbox aufhältst. Wie du gesehen hast, kannst du bei Outdoor-Drehs mit der richtigen Technik und Handhabung einiges an der Beleuchtung von Personen erreichen. Die Wahl des richtigen Ortes, die Verwendung von Reflektoren und das gezielte Einsetzen von künstlichem Licht können dir dabei helfen. Am besten probierst du es gleich mal aus. Ein Reflektor ist zum Beispiel ein guter Start. Links dazu sowie zu den anderen erwähnten Produkten findest du in der Videobeschreibung. Draußen zu drehen hat neben dem Licht noch andere Herausforderungen. Es kann warm oder kalt sein, es kann regnen, du hast keinen Strom und vieles mehr. Genau dazu haben wir noch zwei weitere Videos produziert. Draußen filmen im Sommer und Draußen filmen im Winter. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau sie dir also gerne mal an. In dem Sinne, bis zum nächsten Video von Mindnap, mit Videos mehr erreichen.